Heute geht es auf den Prüfstand. Mal schauen, was der kleine 318 IS noch so bringt. Werksangabe 140 PS, 180 Newtonmeter, 98er Baujahr, M44 B19 Motor, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Motor ist noch komplett Serie. Das einzige was geändert wurde Sportluftfilter Einsatz und die Ansaugung geht nicht mehr original über den Kühler durch sondern geht hier runter und wird direkt hier vorne an der Stoßstange die Luft angesaugt. So könnte man eine Bessource machen und die Luft angenehmung nach unten. So könnte man an die Leiden der Kühler machen. So könnte man die Leiden der Kühler machen. Sausgel auf die Leiden und milhões. So könnte man bei einer Leiden der Kühler machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020